Holy shit, vielen Dank, ihr habt den Vlog mal komplett auseinandergenommen. Und dann Moinzen zum Video vorm Auswärtsspiel bei Union Berlin morgen Mittag. Nummer 1, scheiße war das geil. Ja, ich glaube, wir sehen uns da alle eigentlich, dass 3-2 gegen Gladbach war einfach geil, ganz simpel und hier auch einfach ganz einfach zum Start ins Video. Hier einmal mal kurz die ausrastende Kurve zum Genießen. Und jetzt dazu noch ein paar Zitate rund ums Spiel. Kalajdzic, ich habe gewusst, den haue ich rein, einfach sicher mitnehmen, umdrehen und ins lange Eck. Dankeschön, geiles Zitat. Der Trainer ist der Schlüssel, er macht das exzellent, hat Hilsisberger gesagt. Und Florian Müller, Resendimentalitätsleistung, da spricht er das Team und auch uns Fans an. Und auch bei mir muss ich sagen, ist auch nicht zu vergessen, holy shit, vielen Dank. Ihr habt den Vlog mal komplett auseinandergenommen. Definition Boss-Move. Bisschen kopiert vermisst, das muss ich zugeben. Aber Endo hat richtig abgeliefert gegen Gladbach und wurde dafür belohnt. Kicker 11 des Tages sowie auch Spieler des Tages vom Kicker geworden. Und auch in der Sportschau 11 des Tages ist er mit drin. Beim Kicker, auch Führig noch dabei. Und Sportschau ist gefühlt nur VfB. Da haben wir Endo, wie gesagt. Und auch Kalajcic, Tomasz und Sosa mit dabei. Und wie gesagt, hat das so ein bisschen, habe ich ein bisschen Cloud von ihm, hat es auf Instagram gepostet. Mit dem Vergleich von 2,20, wo auch er den Anschluss selber gemacht hat gegen den HSV. Wo wir es dann noch zum 3-2 gedreht haben. Und für uns Zocker, auch geil, endlich mal wieder Endo in Form bekommen. Das war historisch, muss man so sagen. Es wurde vorhin schon angesprochen oder gerade eben schon angesprochen, das 3-2 gegen HSV. Letztes Mal, dass wir ein 0-2 zum 3-2 gedreht haben. Aber das war ja zweite Liga. Das letzte Mal in der ersten Liga war es 2012 gegen Wolfsburg. Da war ich tatsächlich auch im Stadion damals. Noch keine Vlogs gedreht natürlich. Letztes Spiel gegen Wolfsburg, wie gesagt, gedreht 3-2. Ich glaube, wir müssen dadurch auch für die Europa League qualifiziert endgültig. Dadurch Treff von Kakao, Matza und Ibrahima Draure. Lückenlose Aufklärung. Weil auch hier zuerst mal das Video von Twitter. Das sind unfassbare Szenen von Security-Personal, von Ordnern von uns. Und wie das Video zeigt, es wurde auf Gladbacher eingeprügelt. Wir kennen die ganze Geschichte nicht. Aber selbst wenn es Provokationen gab, ist das nicht gerechtfertigt. In keiner Welt jemals gibt es schon Statements und so weiter und so fort. Hier ist, wie gesagt, lückenlose Aufklärung von Nöten. Und da muss mal der Ordnungsdienst, wie noch immer wieder immer als Ordnungsdienst dann haben und so weiter, muss mal hinterfragt werden oder wer dann angestellt wird von denen. Wir hatten auch Probleme. Und klar ist jetzt die Stadionssicht, die ich hatte, aber mir ist so ein Problemfeld aufgefallen, dass einfach dann Mangala reingerissen hat durch seine Verletzung. Dass wir, wie gesagt, wir hatten Endo und Karaso zusammen. Das war alles top, kein Thema. Aber halt nur Endo, Karaso. Normalerweise ist ja die Option, Endo, Mangala und dahinter deckt Karaso ab und unterstützt von hinten quasi und nimmt da eine unfassbar richtige Position ein. Die war nicht da und ich fand dann schon durchaus, dass wir da auch einige Lücken hatten gegen Gladbach. Haben auch zwei Kütten kassiert, die auch alle nicht schön verteidigt waren. Gegen Gladbach hat es noch gereicht. Die sind, glaube ich, nicht gut drauf. Ist halt die Frage, ob das auch gegen Union so reicht. Mangala könnte zurückkehren, aber mal gucken, was er aufstellt. Corona an der alten Försterei. Ja, klingt fast dumm. Ist auch irgendwie ein dummer Punkt, aber es ist fast untypisch, dass ein Gegner von uns mal mehr Corona-Fälle hat quasi vor dem Spieltag als wir selber so. Aber Union muss jetzt verzichten auf Stammtorhüter Lute, auf Behrens, Haraguchi und auch auf Öztunali. Trotzdem logische Geschichte. Es wird an der alten Försterei extrem, extrem eklig, auswärts zu spielen. Es ist immer auch diese Saison Union bisher nur zu Hause verloren, zweimal. Und das waren die Bayern und der BVB. VfB-Vergangenheit, da ist ein bisschen was da. Union Berlin, gerade Baumgartel ausgeliehen, dahin, hat uns auch zum emotional 1-1 geschossen. Quasi mit dem abgefälschten Ding von Fahir in der Hinrunde. Das war ja, wie gesagt, auch im Video und so weiter. Das war unglaublich, dass 1-1 diese Stimmung war, diese Explosion kurz war geil. Dazu wird uns halt natürlich auch immer historisch diese Relegation im Kopf bleiben. Die wird uns immer mit Union verbinden. 2-19 der Abstieg danach, 2-2 zu Hause, 0-0 bei Union. Und damals gab es noch die Auswärts-Tour-Regel, sonst wäre es die Verlängerung im Gang aktuell. Damals gab es sie noch und dadurch sind wir ausgeschieden, eigentlich ausgeschieden, wir sind abgestiegen. So rum. Und insgesamt ist die Statistik auch ziemlich ausgeglichen gegen Union. Nicht viele Spiele bisher, ein Sieg jeweils und 5 Unschieden. Wie sieht es aus im Keller? Ja, das noch als wichtiger letzter Punkt, weil darum geht es bei uns. Wir sind immer noch 17. Trotz dem Aufwind gegen Gladbach. Wir sind immer noch aktuell auf einem Abstiegsplatz, einem direkten. Aber die Nähe zu Platz 16 ist wir natürlich näher gekommen mit 3 Punkten. Das ist ja logisch. 16. als Hertha hat einen Punkt vor uns und auch ein deutlich, deutlich schlechteres Torverhältnis. Bielefeld ist 3 Punkte vor uns. Augsburg ist 4 Punkte vor uns. Das ist ja unser nächster Gegner zu Hause nächste Woche. Und nun auch eben auch so doof gesagt, ein Spiel vor uns, sondern ein Spiel hinter uns besser gesagt. Weil die jetzt ja diesen Spieltag nicht spielen. Das Spiel gegen Mainz wurde abgesagt. Corona-bedingt von Mainz schon das Zweite. Was bei denen abgesagt wird, ist natürlich für uns nicht so geil jetzt, dass die noch ein Spiel in der Hinterhand haben immer. Ich hoffe, das holen die recht schnell auch danach, das Spiel. Wenn wir nicht irgendwie wissen, boah geil, wir sind davor. Aber die könnten uns noch überholen, weil sie haben noch ein Spiel. Das ist nicht so geil da unten im Abstiegskampf. Ja, Gladbach sollte für uns mal die Hertha schlagen. Die sollten sich mal zusammenreißen. Die am Untertopspiel des Tages am Samstag, 18.30 Uhr. Bielefeld verliert hoffentlich im Normalfall auch beim BVB. Und bei uns musst du gucken. Union ist hart. Gerade auswärts. Klar, die Saison läuft vielleicht nicht so geil wie letzte Saison. Es ist gerade vielleicht ein bisschen ein Hänger drin. Trotzdem ist das richtig eklig dort. Ich würde mich sehr, sehr glücklich schätzen, da einen Punkt mitzunehmen. Also wenn ich sie in der Prognose abgeben muss, würde ich mir ein 1 zu 1 wünschen. Ich sehe es irgendwie einfach nicht, dass wir bei Union gewinnen. Also es ist mein Bauchgefühl. Union außer zu schlagen ist sehr, sehr hart. Wie gesagt, wir sind nur die Bayern und Dortmund. Union ist geschafft diese Saison. Aber Kader steht. Gefühlt bis auf Silas und so. Aber sonst steht der Kader, ist eingespielt. Der Aufwind ist da. Die Möglichkeit ist da, in Union zu punkten. So ist es nicht. Wir werden es morgen live miterleben. Streamen wir morgen Mittag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.